Weißt du, da drehe ich gerade eine Anleitung, wie du mit Spotlight und der Mini 3 Pro richtig coole Aufnahmen machen kannst und dann das hier. Sie ist jetzt auf jeden Fall zu DJI unterwegs, Carefresh ist aktiv und mit dem Leerkarton kann ich nichts anfangen. Deswegen habe ich jetzt zu Demonstrationszwecken die Parrot Anafi und wenn du dich fragst, hä, warum die Anafi? Ja, ich habe halt die Mini 3 Pro nicht, ich warte darauf, dass sie irgendwann von DJI repariert oder ein Austauschmodell zurückkommt. Aber was ist Spotlight? Spotlight ist ganz einfach. Du markierst ein Objekt und wenn es im Motivkatalog auftaucht, zum Beispiel eine Person, ein Boot, ein Fahrzeug, dann kommt da so ein Rahmen drum, ansonsten kommt da wie so eine Art PUI und die Kamera ist dann quasi auf dem Objekt fixiert. Was heißt das? Da gibt es jetzt zwei Optionen. Erstens, das Objekt bewegt sich, dann würde die Drohne sich quasi so drehen und die Kamera schwenken, dass sie mich oder das bestimmte Objekt deiner Wahl im Fokus behält. Das heißt, die Drohne selber, von oben gesehen, dreht sich und kann den Gimbal neigen. Das ist eigentlich die Kernfunktion von Spotlight. Bewegt sich also das Objekt, dreht die Kamera sich. Bewegt sich die Drohne von alleine? Nein, sie dreht sich nur und schwenkt den Gimbal. Das ist die erste Möglichkeit von Spotlight. Die zweite Möglichkeit von Spotlight, die natürlich um einiges Millionen Mal cooler ist, aber auch mehr Gefahren birgt, du hast meinen Abschluss gerade gesehen, ist, dass du die Drohne steuern kannst. Also angenommen, das hier ist das Objekt. Du markierst es und bewegst die Drohne nach rechts. Dann würde sie ja normalerweise so nach rechts gehen oder nach links oder nach vorne oder unten. Du weißt, was ich meine. Aber bei Spotlight, und du bewegst die Drohne nach rechts, bewegt sie sich nach rechts und dreht sich aber so, dass sie das Objekt im Fokus behält, dasselbe, nach links. Bei, von der Seite gesehen, oben schwenkt das Objektiv auf das gewisse Objekt, was du ausgewählt hast. Das gleiche auch so nach unten. Ja, und natürlich gelingen dir die coolsten Aufnahmen, indem du halt verschiedene Stickbewegungen kombinierst. Wenn du nur rechts oder links machst, natürlich dreht es sich dann dabei. Aber wenn du jetzt zum Beispiel noch hoch gehst und dabei vielleicht nach vorne gehst, dann siehst du halt, wie du unglaublich, ja schon fast 3D-mäßig die Drohne steuern kannst, ohne das Objekt aus der Kamera zu verlieren. Dabei darfst du aber nicht und niemals und überhaupt niemals die Drohne aus den Augen verlieren und übermütig werden, weil genau das passiert dann nämlich. Du bist so begeistert davon, dass du die Umwelt nicht siehst. Bei den seitlichen Flügen mit deiner DJI Mini 3 Pro, und das ist quasi von hier bis da, sind keine Sensoren vorhanden. Verlass dich bitte nicht auf die Sensoren. Fliege vorsichtig. Fliege, klar, immer auf Sichtweite. Aber guck genau hin, wo deine Drohne fliegt. Flieg von mir aus langsamer und teste das ein, zwei Mal. Wenn auch nur ein kleiner Baum dazwischen ist, tot. Flieg bitte vorsichtig. Und jetzt kommst du. Wenn dir das Mini-Tutorial gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, zwei Likes. Ein Abo würde mich riesig freuen. Lobkritik, Anregungen. Gleich einen Daumen drücken für... Ach nee, für meine Mini 3 Pro, dass sie demnächst wieder heil zurückkommt. Ja, und in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.